Loppa bidi loppaa Zwinge mal Wie Norbert schon gesagt hat, ich würde da noch gerne irgendwann einen zweiten Stock machen Ja So Alex, ich gehe gleich auf die Insel Du musst dann wieder schauen, dass du das herhältst Das Crossing-System tue ich noch nicht ganz durchschauen Inwiefern? Bei Nadel und Wasser habe ich Ah, da sind die Beete, Anbaufläche Blanke Seil, Nagel und Bolzen Sechs Nagel, ein Bolzen, das ist heftig Die Nägel sind jetzt nicht so das Problem, finde ich Das ist, weil wir halt kein Metall haben, deswegen ist das jetzt alles teure Rezepte Ja Bleibst du da Norbert? Ja, kann ich Ich sehe nichts oben Ach so, aber ich will auch bei Billa Zwinge Ja, passt ja Ja Das ist eine gute Lücke machen Hast du die Schaufel schon? Ja, vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht findest du irgendwo, wo ich schaufeln kann Weil irgendwie ist da auf der Insel nichts zum Schaufeln Jetzt oben an der Schaufel haben, finde ich natürlich wieder ganz Keinen Ort zum Schaufeln Ich würde gerne wissen, was dieses Haken-Sympol ist, oder? Ich würde gerne wissen, was das ist Ich würde gerne wissen, was das ist Servus? Br? Servus? Servus? Dann hab ich doch was jetzt geschwimmen mit dir mal mit. Ich glaub die Insel das Arsch wieder. Befürchte ich fast. So, ich brauch dann mal was zum Essen. Ich sollte was am Griller liegen. Ich gönne mir gleich was Deftiges. Oder du nimmst ja gleich einen Heihappen. Nein, na sicher. Mit dem Anborn funktioniert der auch ganz gut, oder? Was meinst du? Mit dem Anborn. Ja, das funktioniert super. Da ist eigentlich immer was da, muss ich sagen. Was ich glaub, dass zum Beispiel anders... Da wird gemacht, dass auch so brav. Was mit anders? Was ich glaub, dass Ananas keine Samen hergibt. Kann das sein? Beim Anborn meinst du? Ja, beim Abborn. Das weiß ich, da hab ich noch nicht drauf geachtet. Das weiß ich nicht, aber wie ich eine von der Insel genommen hab, hab ich eine Ananas und einen Samen bekommen. Das kann ja so schon sein. Ob's dann ein B aufs ist. Au. Und... No. Aber ich glaub trotzdem, dass es das gibt, welcher ich bin. Weil sonst... Ich hab jetzt geerntet und hab keinen Samen gekriegt, weil vielleicht kriegt man nicht jedes Mal einen. Das kann auch natürlich auch sein. Das glaub ich auch, dass du nicht jedes Mal einen kriegst. Ich hab das mal. Okay. Ich glaub Kartoffeln machen wir dabei keine mehr machen dann. Ich vertreu dich da voll und ganz, du bist unser Chefkoch. Wir haben dabei... 51 rohe Kartoffeln. Wenn der Chefkoch sagt, das reicht, dann reicht das. 71. 70. Heißt du, Boss? Wir sind immer länger da hinten. 81. Und da mach ich jetzt auch so eine Länge. Mach quasi so einen... Haken. Also egal in welche Richtung wir, weil jetzt vertragen wir ja in die Richtung rauf. Super, wir haben in zwei Richtungen einen Floß. Nach rechts und nach links haben wir eins. Und Boss treibt eine Kiste auf uns zu. Ja, die hol ich geschützt, weil ich weiß nicht, ob's bitte auffangen sonst. Ja, da ist eh selten was. Also da ist halt auch nur viel, aber selten was Gutes drinnen. Eher in den Rumpenfestern, glaub ich. Naja, in der Drohne ist schon ein besseres, find ich. Okay, wer hat denn so ungedreht, das Floß? Ich nicht. Das Floß ungedreht? Das Segel meine ich. Bist du zum Linken? Ist doch egal, oder? Okay. Wir können zum Linken, da zu Recht. Dahinten ist ein Floß. Ja, deswegen will ich ja dahinten. Achso. Ei, 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 ei. Ah, der nimmt zu, das ist ja das. Was bitte? Und da ist aber auch ein Floß. Zwei Floße. Ei, das hast du auch gesagt. Oh nein, da hinten ist ein Floß. Nein, zwei sind sie. Aber rechts ist auch eins, gell? Echt? Geh mal hin. So, da rein. Aber dass man sie nicht fisten kann mit den Speer. Oh ja, kann man eh. Aber es braucht halt mehrmals der Vogel. Sieh beim Heer. Der greift ein paar Mal an, irgendwann tötest du ihn. So. Jetzt, jetzt. Jetzt tun wir mal. Aha. Oh, er hat mich trotzdem erwischt. Okay. Also sollten wir vielleicht einmal unten ausbauen, bevor wir jetzt schon oben ausbauen denken. Ich werde das nur testen einmal. Bei der Treppe liegt das Hanzi. Wie macht man dann einen? Okay, anscheinend gehen die unter, sobald man die Kiste gelootet hat. Aber wenn es mal Kunststoff gibt, wenn es noch einen hast, dann baue ich unten aus. Sollten wir es dann vielleicht auch ein bisschen anders platzieren? Der biegt da. Also jetzt haben wir mehr Platz hier. Das machen wir ja dann schon. Oh, bitte. Ich habe noch ein Rezept gefunden. Den Entsafter beim Norbert habe ich gefunden. War jetzt schon wer auf dem Floß eigentlich? Er ist schon weg. Da war nichts drauf, außer ein Rezept. Und halt ein paar zu klein paar Sachen. Die Kisten werden schon langsam wieder. Boll, ja. Ich würde halt gerne ein Lager machen, aber... Lagerraum. Okay, da hinten haben wir ein Floß und dann haben wir noch eine Insel. Dann machen wir ein Scharnier. Da hinten haben wir ein Floß und eine Insel, Alex. Wo ist da hinten? Ah, da sehe ich schon. Ist hier die Insel? Ah, da ist Floß. Ja, sehe ich auch. Das sind zwei... Nein, wurscht. Der reicht mir nicht. Aber ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht, wie man den Boden oben macht. Schweicht gleich. Nein, das ging sich gerade nicht aus. Den Boden machst du... Es gibt ja... Holzboden. Wahrscheinlich machst du einen Holzboden dann. Ich finde, ich finde es einen Holzboden. Doch, du bist ja beim Fundament ganz hohe mit dem Hammer. Genau, und dann hast du... Ah, Holzboden, jetzt habe ich es. Ja, hab schon. Ja, das ist das passende dann. Oder sogar noch, ob sie etwas gekostet. Ich habe das echt nicht gesehen. Tut mir leid. So. Dann haben wir noch ein paar Blanken. Ah, jetzt habe ich es sammeln gekriegt. Irgendwie kommt da auch kein Loot rein. Weil wir gerade so langsam wieder fahren. Aber es ist doch keiner im Wasser. Ich gehe gut auf die Insel und dann gehören wir schon nach rechts rüber. Kann das sein, wenn das Floß überschwemmt wird, dass die Pflanzen automatisch mit Wasser? Vielleicht. Das kann es sein, ja. Aber es ist halt nur dumm, weil es ist Salzwasser. Ja, aber ich... Aber ich habe... Ja, aber ich habe... Oder habt ihr hier gerade... Äh... Nein, ich habe nicht. Dann geht das. Dann geht das. Ich wollte gerade Wasser einfüllen, auf einmal geht das nicht mehr, weil es eben... Aber ich habe auch vorhin Salzwasser eingefüllt und es geht, glaube ich. Nein, es geht nicht. Jetzt, ich habe es nicht gegangen. Ich habe... Mir wird es nicht funktioniert. Spiele ein Rezept. Ich habe Spiele ein Genier gefunden. Nice. Ja, es geht aber, Alex hat recht. Ah, ok, krass. Dann habe ich jetzt umsonst immer die Scheiße verschwindet. Am ersten Mal wird es das so gemacht, glaube ich. Ich habe jetzt Salzwasser reingeben und es bewässert. Das ist so drin. Das wollte ich jetzt nicht. Nächster halb Insel. Ich brauche uns ein Vogelstrichesmeier. Ja. Stört du dich nicht dabei hin. Oder? Ah, das ist schon mal ein Spiele geschaut, frage ich. So, bitte. Wett... Ich bin so ein Hurensohn. Bolzen... Bolzen haben wir nicht, oder? Nein, nicht mehr. Okay. Für die Schaufel, weil auch gesagt, die Schaufel ist gut. Ah, okay. Ich wollte das mit der Mango mal ausprobieren, aber egal. Irgendwann. Mango? Mangobaum. Also ich wollte einen zweiten... Achso. Ich habe jetzt wieder eine Ananas und habe auch einen Ananas-Samen bekommen. Ja, war bei mir auch vorhin. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das schlecht geschaut. Aber es ist eh gut, dass wir jetzt keinen haben, weil für das Ding hätte ich das nicht gerne verwendet jetzt da. Für den zweiten Speed, meinst du? Ja. Ja, weil Angel hätte man noch gebraucht jetzt dann. Aber da ist auch schon wieder nichts zu schaufeln, gell? Rot und Fl-Flang. Ich hole mal den ganzen Ton da unten. Was? Ich hole mal den Ton von da unten. Kannst du den holen? Was ist denn? Wie holst du den? Beim Haken. Die Haken-Sachen gehen mit Haken? Ja. Aber es geht nicht jedes, oder? Oder. Achso. Haken. 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 Puh. Haken. 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 Ich bin gleich tot. Wo kann man den abbauen? Unter Wasser? Metallherz? Oh ja, sicher. Hab ich gerade geholt von Unter Wasser. Echt? Ja. Das ist neu. Der Hei nervt halt tierisch. Kann doch nicht alles abfahren. Ich bin halt fast tot jetzt da. Ja, ich auch. Sind gar niemand runter. Na gut, dann. Weiter geht die Fahrt würde ich sagen. Ja, Abfahrt. Ich brauche es eh schon. Falt wie der Schwinn in einer Steinaxt. Unerfig. Der Kamauk schon fällt dem Baum, oder? 18 Zeile kommen dran. Der Konzern, ich habe jetzt noch nicht geschaut. Der zeigt meine Axt dann. Ich habe aber noch keine. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Lagernd. Alle haben es mal zugeschaut. Keine Ahnung, ich kaufe das für mich. Ich bin selber ohne Schuss. Aber schaffst du das? Ja. Aber du hättest dann eigentlich ruhig sterben lassen können. Sag ich ehrlich. Ich habe mich da geopfert, das Viech wieder zu holen und dann sagt er, ich soll sterben. Welches Viech hast du geholt? Die Möwe. Achso. Du brauchst wieder einen Applaus? Ja. Applaus, Applaus. Da geht es bei einer Seele besser. Schatz, wir brauchen Trockenziegel. Ja. Machst du das aufs Lehm? Mhm. Hast du schon das jetzt gemacht? Wir haben kein Lehm. Du sagst, natürlich holst du ein Lehm. Ich habe Ton geholt. Aber auch nur einen, weil ich nie dazugekommen ist. Große Insel. Große Insel. Jetzt weiß ich wie wir das machen können. Jetzt kenne ich mich aus. Große Große Insel. Können wir jetzt vielleicht einen Anker machen? Wollen wir nach der Große Insel? Warte mal. Anker, 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 Anker. Mir fehlen vier Steine. Die haben wir aber. Dann mache ich einen Anker. Die Metallbahn fehlen. Achso, du willst zu einem Anker. Ja, okay. Den anderen können wir ja dann noch nicht. Da fehlen eigentlich nur die Metallbahn. Das ist jetzt. Jetzt weiß ich ja wie es geht. Habe ich rausgefunden jetzt da. So. Wurf Anker ist dann. Einsatzrat. Ich kann dir. Was schrotten habe ich nicht. Ich habe nur Nägel. Okay. Sorry. Ich wollte so ein großes Beet noch bauen. Ich möchte jetzt eher auf die großen Sachen gehen. Also auf die Kartoffeln. Also das mittlere Beet willst du bauen? Ja, entschuldigung. Das mittlere. Dann schaue ich, wenn ich Dings habe. Dass ich schrotte, dass ich dir das zukommen lasse. Merci. Ich habe nämlich jetzt alles in Dings verschrottet. Also in, na. Bleiben von der Insel weg kann das sein. Jetzt funktioniert es wieder nicht mit dem Bewässern. Nur mit Salzwasser. Warte mal. Es ist alles schon bewässert, glaube ich. Nein, ich habe gar nicht. Aber es steht bei mir nicht, dass es bewässert gehört. Deswegen. Da braucht es frisches Wasser bei dem da. Ah ja. Da auch. Da nicht. Ich sage es auch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, dass es so komisch ist. Ja. Alles in Fass. Ich weiß nicht, dass nichts passiert. Na leihwand Bauen wir noch einen Alter Falter Oder sagt der andere ist lust, oder? Ich baue schon einen Verpack ich das, oder? Und ich baue gleich noch einen in Reserve Na leihwand, wenn Ressourcen verschwindet oder auch? Wie kann ich den da platzieren, ist er? Achso, ok Nein, er ist in der Kiste, in der Reserve Opsi Jetzt wollte ich Verbessern, Alter, jetzt soll ich es wieder drum Ich komme gleich, aber macht euch weiter So, ich leg das alles in meiner Kiste da Ok, wir haben keine Kiste mehr Wir haben keine Kiste mehr Das ist ganz geil, weil ich bin fast umvoll, oder? Warte mal, was braucht man für eine Kiste? Ich habe schon eine Kiste jetzt gemacht, wieder Alter, du hast Kunststoff? Kunststoff? Kunststoff ist das, was wir am meisten haben Na, Alter, ich folge ganze Zeit nicht wegen Kunststoff Du hast gesagt Schrott, nicht Kunststoff Ah, Entschuldigung, ja stimmt Kannst du zwei bauen? Bau gleich zwei Ich kann nur eine bauen, ich habe keine Seile Ich könnte, was habe ich? Aber ich habe jetzt alles in die Kiste gelegt, also ich habe jetzt eh nichts mehr Jetzt müsstest du sie selber bauen Scheiße, Vogel Shit, der Vogel kraft mich ja schön an Ja Schrott und Kunststoff Gut, ich wirf den Anker Ja, passt Und schon warte mal Gott, gut Schrott haben wir ja keinen mehr Ohja, Schrott haben wir eins Schrott gibt jetzt hier auf die Insel Norbert dann Und Kunststoff Norbert, Schrott gibt es hier auf die Insel Oh, Alter Ah, Fuck Oh, Alter, da hat er mich auch der Vogel gescheißen Alter, wo glaubst du, hat uns der Vogel attackiert? Drum haben wir gesagt, will ich den Anker unten laufen Ich bin jetzt super langsam Ich bin überhörig an Wildschwein, aber ich renne jetzt immer trotzdem weiter Okay, ich habe rote Beeren gefunden Oh, das ist glaub ich auch so ein Händler oder ein Haus, ja Jaja, ist ja ein Händler auch schon Schon gesehen Ist ein Stein? Ja, ist ein Stein Oh, Alter, bei mir ist das ein Schatzschwein Oh, Mann, der Speer ist kaputt Brauchst Hilfe? Wahrscheinlich, gell? Ja, ich habe kein Speer mehr Ich komme, wo bist denn du? Ähm, beim Händler Ja, weil der Vogel greift mich halt auch an Wenn ich jetzt Becher habe, ich mag halt nicht sterben Ich habe auch nur noch Hälfte Leben Ich glaube, der rennt jetzt gerade weg Der Eber, weil ich auf einer Kiste oben stehe Ja, der rennt weg Danke Okay Ich würde gerne den Vogel töten, weil der nervt mich halt nur Aber der ist sicher lieber Na, der kommt schon wieder Oh mein Gott Okay, ich komme Er hat mich Ich versuchte irgendwie Ah, ich glaube, ich sehe wen Ich renne den entgegen Ganz schlechte Wahl Nein, ich muss schon sagen Es ist schon ein bisschen los, ja? Was dann? Ohne Speer auf die Insel zu gehen Ich habe einen Speer gehabt, der ist kaputt gewesen Ich habe nicht geschaut Wie für den Halbbrick er hat Er ist ja ohne Speer zu gehen So, wo ist der Eber jetzt? Der läuft wieder weg Der hat anscheinend so eine Agro-Range Boah Aber ich hoffe, dass der sich nicht immer neu regeneriert Norbert, geh immer auf die Seite Norbert Warum bleibst du vorm Eber stehen? Ich dachte, ich kann ihm Ja, wurscht Ich nehme eine, ihr könnt mich nicht mitnehmen Alex soll dich aufs Ding holen Ich bin noch voll Mit Ich habe noch Ich nehme mich jetzt Ich hole jetzt mal, dass wir ein bisschen Fortschritt machen Wo liegst du in etwa? Direkt beim Eber, wo der war Also auch beim Händler Ja, beim Händler in der Nähe von dieser Wasserpfütze Warte, ich nehme ihn mit Dass du siehst Ich lege ihn dir direkt zum Händler, ja Ich nehme ihn mit Ich lege ihn dir zum Händler Ja Komm gleich Norbert Ton und Sand gehen Ich glaube, dort oben, wo der Vogel ist Ich glaube, da ist das Beste Wahrscheinlich Ich muss nämlich schauen, wie ich da wieder auf die Insel raufkomme Ist das ein Nest, vielleicht? Ist das eine Art? Ich, nein, ich weiß nicht, was da oben ist Aber wenn der Vogel Der Vogel hat, ist schon mächtig Was noch unter Wasserkiste? Die muss ich dann auch holen Ich versuche gerade da was zu finden Ich versuche gerade da was zu finden, wo das Floß überhaupt ist Im Wasser Müsste ich hier nur liegen sehen, liegen sehen Oder wo liegst denn du? Ich habe ihn schon Ach so Ich suche nur das Floß Das Floß müsste es sein Rechts von dem großen Berg Ah, ich habe ihn schon Genau dort, wo eben der Vogel ist Ist halt so krass, dass der Vogel uns genau dort attackiert hat Und jetzt attackiert mich auch nach der Geschichte, naja? Aha, der Vogel holt von Anstern Anscheinend ist das ein Nest Ach so Ach so Ich werde sterben wahrscheinlich Okay Also auf dem Floß können wir nicht bleiben, da müssen wir sich auf der Insel antreffen und dann Hora Bist du schon wieder tot? Mich hat der Vogel jetzt instant gekillt Nur weil du auf kein Leben hast Für mich ist das der Hora Was denn? Der Vogel Du brauchst nur in Bewegung bleiben Dann reicht's eigentlich Ich habe gerade den Speer weggeworfen Das Gute ist, aber ich lieg am Floß Ich habe gerade den Speer weggeworfen, das ergreut mich gerade Jetzt greift mich der Herr an Ich werde jetzt sterben, wenn ich Pech habe Der Vogel und daher greift mich beide an Ja Schaffst du mich zu holen, Alex? Wenn du mir sagst, wo du bist Dort im Wasser Direkt dort, wo wir oft gestrandet sind Direkt im Wasser, wo wir gestrandet sind Also, wir seht, du gleich der große Felsen Wo du aufs Floß kommst Da ist das so ein... Das sind links eine kleine Erhöhung und rechts der große Berg Ja Und ich bin dort im Wasser Wenn du da durchgehst, bin ich dort im Wasser irgendwo Ich weiß nicht, wie du mich siehst, ob du mich siehst Aber ich habe gute Sachen dabei Ich würde jetzt ungern sterben, wenn ich ehrlich bin Warte, wenn ich... Vielleicht kannst du auf Discord streamen, wenn du mich nicht findest, dann kann ich dir zuschauen Also dann kann ich dich lotsen Ich sehe dich jetzt nirgends Den Haar habe ich gesehen Schön So, du liegst irgendwo rund um diese kleine Insel Ich streame einfach auf Discord, dann kann ich es jetzt sagen Ja, wenn ich stehen bleibe, dann halt mich der Vogel Ich... Ja, ich lieg irgendwo im Wasser dort Das ärgst mich, dass man da nicht zuschauen kann Ich seh' ihn Ach, stopiel, Alter Danke Okay Okay Jetzt Vielen Dank.